so hallo einen wunderschönen und gesegneten abend möchte ich sagen ja es ist jetzt gegen 17 uhr 17 14 ja das sind die letzten stunden in diesem jahr da habe ich mir gedacht da tue ich heute noch eine predigtaten und so gott will wir leben morgen auch noch eine für das neue jahr mit einem neuen losungswort ok da segne uns gott der allmächtige der himmlische vater und sein sohn jesus christus im heiligen geist und her war mir dich über diese welt war mir dich über die menschen jesus die alle die hier zuhören sowohl auf den einzelnen videoplattformen digitalen bereich und sonst woher her segne ihre ohren segne ihre herzen dass dein wort hineinfallen und aufgehen und frucht bringen und gib mir die richtigen worte ja danke dir vater mit jesus ja nun ist das neue jahr nun ist das alte jahr im prinzip fast schon rum und wisst ihr nicht was gab es dafür für voraussagen und prophezeiungen da wäre schon wie hieß es wie hieß es nicht schon im jahr davor dass im jahr 20 23 im frühjahr würde der große dritte weltkrieg beginnen was hat man nicht alles erzählt dinge die einen angst machen sind viele falsche propheten unterwegs gewesen und viele die von sich sagen dass sie christlich seien und sie haben weltuntergangssachen erzählt sie haben gesagt ja es kommt gleich daher und fertig jetzt geht die entrückung los und was war nichts einfach nichts es hat sich alles erwiesen als falsche prophezeiungen sie haben im namen des herrn geredet was daher niemals gesagt hat und leider gibt es auch viele christen die auf so einen unfug reinfallen wisst ihr auch mir machen diese dinge ich höre das von von brüdern und auch von schwestern die die ja wo man manchmal denkt ja dass die müssten eigentlich gläubig sein und dann dann reden sie sowas und sie haben das gehört von anderen prediger das plötzlich wird plötzlich wird dann ein großer knall und alles wird untergehen und atomkrieg und was nicht alles ja wir sind nur menschen wir sind nur menschen wir haben natürlich angst gerade auch gerade wenn wir auch wissen dass das wenn wir unsere irdischen leib verlassen dass wir dann beim herrn sind dennoch aber sorgen wir uns um unsere angehörigen die vielleicht nicht gläubig sind wer von uns hat keine angst wer fürchtet sich nicht das würde gott ja nicht sagen immer wieder fürchtet euch nicht weil wir uns fürchten weil wir menschen sind schwache menschen also dienen solche propheten die so auftreten eigentlich mehr der angst der erzeugung von ängsten als dass sie irgendwas gutes täten ich lobe mir manchmal dass das wird dem luther zugeschrieben ob man wirklich gesagt hat ich denke ja meiner meinung nach ja und zwar hat er gesagt und wenn ich wüsste dass morgen die welt untergeht würde ich heute schon noch ein apfelbäumchen pflanzen warum warum so ich frage ich frage dich warum warum so wenn du wirklich weißt dass morgen die welt untergeht warum würdest du dann heute noch ein apfelbäumchen pflanzen weil gott es ist der der ursprung allen lebens ist jedes kind das geboren wird jedes kind was auch abgetrieben wird jedes kind was der mutterleibe entwickelt wird jedes tier jedes lebewesen sogar jeder pflanze alles ist allen urheber ist gott gott ist der schöpfer allem lebens er hat alles in seiner hand unsere zeit steht in seinen händen er entscheidet er bestimmt und es fällt keinen spatz vom himmel so es nicht der wille gottes ist also können wir ganz getrost unsere hoffnungen auf gott setzen er entscheidet wann was wie wo passiert ok gehen wir mal zum losungswort da steht es ja schon im altjahres abend psalm 31 vers 16 meine zeit steht in deinen händen im jahre 54 vers 7 steht die heutige tageslosung ich habe dich einen kleinen augenblick verlassen aber mit großer barmherzigkeit will ich dich sammeln und dem lehrtext dazu aus dem zweiten tessalonier 2 vers 16 bis 17 unser herr jesus christus und gott unser vater der uns geliebt und uns einem ewigen trost gegeben hat und eine gute hoffnung durch gnade der tröste eure herzen und stärke euch in allem guten werk und wort und das ist das wichtig worauf es ankommt dass gott unser herr er tröste unsere herzen und stärke uns in allem guten werk und wort also er setzt uns nicht in angst er ist nicht der der uns in angst und panik versetzen will sondern er uns stärken soll und stärken soll und trösten unsere herzen in allem guten werk und wort stärken soll denn dietrich bonhoeffer hatte dazu geschrieben lass warm und hell die kerzen heute flammen die du in unserer dunkelheit gebracht für wenn es sein kann wieder uns zusammen wir wissen es dein licht scheint in der nacht und wenn sich die stille nun tief um uns breitet so lass uns hören jene vollen klang der welt die unsichtbar sich um uns weitet all deiner kinder hohen lobgesang ja reibt sich nicht ganz aber es ist schön ja dann denke ich mal fangen wir mal an auch mit dem wort was wir im psalm 31 geschrieben sind das habe ich hier der psalm 31 bei dir o herr da habe ich zuflucht gefunden lass mich niemals zu schanden werden errette mich durch deine gerechtigkeit neige dein ohr zu mir und rette mich rasch sei mir ein starker fels eine feste burg zu meiner rettung denn du bist mein fels und meine festung höre und leite mich um deines namens willen befreie mich aus dem netz das sie mir heimlich gestellt haben denn du bist mein schutzfälle ja in deiner hand befehle ich mein geist du hast mich erlöst herr du treuer gott ich lasse die welche trügerische götzen verehren ich hasse die welche betrügerischen götzen verehren und ich vertraue auf dem herrn wisst ihr also hier muss ich mal einhaken das einfach heftig wisst ihr was da steht das ist doch genau die situation in der wir gerade in der heutigen zeit sind wir sind umgeben von feinden wir sind umgeben von menschen die uns übel wollen die uns stricke machen warum tun sie das weil sie gott nicht kennen weil sie den wahren gott einfach nicht kennen und sie dienen dem feind sie wissen das nur nicht dass sie satan dienen und wir sind auch verzweifelt und wir wissen da nicht was können wir tun und fühlen uns oft von gott verlassen aber ist das so und gerade auch in diesem in diesem gebet da finden wir ein wort das der herr jesus selbst am kreuz gebetet hat in deine hände befehle ich meinen geist hat der herr gesprochen als er als er sein irdisches leben aufgab am kreuz das vertrauen das vertrauen komplett und ganz und gar in gott zu setzen denn du bist mein fels und meine festung führe und leite mich um deines namens willen oder hier neige dein ohr zu mir rette mich rasch sei mir ein starker fels kreuz und eine feste burg zu meiner rettung und nun kommt ich hasse die welche trügerische götzen verehren ja Götzen was können alles Götzen sein Götzen kann alles sein das können die medien sein das können die das können ja sogar der fußball sein das können das auto sein das können ein liebgewonnenes hobby sein wisst ihr ähm ich glaube auch wieder Luther da hatte mal gesagt sage mir woran du dein herz hängst und ich sage dir was dein gott ist ja ich habe mal gelesen dass das wort gott selber ähm eigentlich äh auch kein wirklich deutsches wort ist das wurde eingedeutscht aber ähm das wort gott selber hat eigentlich übersetzt heißt eigentlich bestimmer der bestimmer also wovon lassen wir uns bestimmen wer bestimmt über unser herz wer bestimmt über dein herz wer bestimmt über dich ist es der wahre gott oder sind es irgendwelche nichtigen irdischen dinge von wem lassen wir uns leiten von gottes wort der bibel oder von irgendwelchen leuten die da von sich behaupten sie würden im namen gottes sprechen aber dann stellt sich raus es tritt nicht ein von wem lässt du dich leiten von wem lassen wir uns leiten von wem lasse ich mich leiten jesus hat gesagt mir ist gegeben alle gewalt im himmel und auf erden lassen wir uns von jesus leiten dann sei uns gewiss und getrost ihm ist gegeben alle gewalt im himmel so auf erden und es wird so sein wie der herr es sagt und wie sagt es der herr ja es kann sein dass der herr uns persönliche botschaften gibt aber wenn diese mit seinem wort in der schrift nicht übereinstimmen dann war es nicht von ihm es kann nicht sein dass gott sich selber widerspricht er wird nicht heute das sagen was er in einem in einem anderen wort völlig was anderes gesagt hat ich nehme jetzt wieder mal ein krasses und gutes beispiel her du wirst niemals von gott zu hören bekommen niemals dass er plötzlich den ehebruch bildigen würde denn es gibt ein gebot wo geschrieben steht du sollst die ehe nicht brechen du sollst nicht einmal begehren deines nächsten frau deines nächsten hab und gut noch sonst was was er hat also wird es niemals sein dass irgendein prophet in anführungszeichen daherkommen und sagt du sollst erst diese frau heiraten oder diesen und diesen diesen mann heiraten obwohl die schon verheiratet sind das wird niemals passieren und wenn sowas passiert dann war das nicht gott der das zu dir gesagt dann hat dieser man nicht im namen gottes gesprochen sondern in seinem eigenen namen er hat den namen gottes missbraucht und es gibt ein gebot dass wir auch den namen gottes nicht missbrauchen sollen aber er hat es dann getan hören wir nicht auf solche leute sondern hören wir allein auf das was gott wirklich sagt gesagt hat in seinem wort der schrift der bibel und 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 ja gott spricht auch direkt zu uns aber er redet so wie die schrift sagt jesus hat gesagt dass ein anderer tröster kommen wird und er wird uns leiten alles wird er uns uns sagen was der herr uns gesagt hat er wird das alles sagen und wo hat der herr das gesagt in der bibel das heißt der heilige geist er leitet uns in seinem wort er leitet uns er macht er erinnert uns über das was geschrieben steht in seinem wort wenn du wirklich von geist gottes erfüllt bist dann leitet er dich in seinem wort er verkündet dir nicht neue lehren die außerhalb der schrift stehen sondern er leitet dich in seinem wort er lässt du bibel worte in dich auflackern die vielleicht zu deinem leben passen oder wenn ich jetzt wenn ich bete zum herrn dass der herr mir die richtigen worte gibt dann kommen mir bibel worte in den sinn die ich dann ausspreche oder eben auch wenn ich bete dass der herr mir diese predigt gibt dass ich halt das richtige sage da kommen mir auch bibel verse in den sinn die ich dann hier als screenshot hier hin mache und dann auch wieder verse die mir in den sinn fallen der heilige geist lehrt uns und leitet uns in seinem wort und er tröstet unsere herzen mit seinem wort und das stärkt uns er ermutigt uns und das tut er weil er die gemeinde baut er baut die gemeinde gottes er baut die ja wie soll ich sagen er baut das den neuen tempel den geistlichen tempel und jeder einzelne von uns ist ein baustein darin ja ich will frohlocken und mich freuen in deiner gnade denn du hast mein elend angesehen du hast auf die nöte meiner seele geachtet und hast mich nicht ausgeliefert in die hand des feindes sondern hast meine füße in weitem raum gestellt sei mir gnädig o herr denn mir ist angst vor kram sind schwach geworden mein auge meine seele und mein leib mein leben ist wieder hin geschwunden im kummer und meine jahre mit seufzen meine kraft ist gebrochen durch meine schuld meine beine sind schwach geworden wirst du wir tun oft so viele fehler und 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 so viel mist bauen ja vor allen meinen feinden bin ich zum hohen geworden meinen nachbarn allermeist und ein schrecken meinen bekannten ich glaube das bezieht sich schon wieder auf den herrn selbst auf jesus vor allen meinen feinden bin ich zum hohen geworden meine nachbarn allermeist aber das trifft auch auf uns sie mich auf der gasse entfliehen vor mir ich bin in vergessenheit geraten aus dem sinn gekommen wie ein toter ich bin geworden wie ein zertrümmertes gefäß denn ich habe die verleumdung vieler gehört schrecken ringsum als sie sich miteinander berieten gegen mich wisst ihr wenn du das liest dann dann erinnerst dich an das was bei jesus gewesen ist wisst ihr jesus als er verraten wurde und als er dann gegeißelt wurde man sich von ihnen abwandte und gerade die ganzen hasser die ihn hassten schrecken ringsum sie berieten sich miteinander gegen mich sie trachteten danach mir das leben zu nehmen was haben sie für komplette geschmiedet gegen den herrn lauter falsch aussagen ja aber das trifft auch uns selber auch zu immer wieder gerade dann wenn es übel ist mit uns und die menschen um uns herum uns verachten aber ich vertraue auf dich o herr ich sage du o herr bist mein gott in deiner hand steht meine zeit rette mich aus der hand meiner feinde und von all meinen verfolgern lass dein angesicht leuchten über deinem knecht rette mich durch deine gnade ach herr lass mich nicht zu schanden werden denn ich rufe dich an zu schanden werden sollen die gottlosen verstummen im totenreich die lügen lippen sollen zum schweigen gebracht werden die frech reden gegen den gerechten mit hochmut und verachtung lasst diese worte auf euch wirken wenn das steht gegen den gerechten mit hochmut und verachtung sowohl auf den herrn als daher gekreuzigt wurde als auch bei euch denn wir sind gerecht gesprochen durch sein blut und die menschen begegnen uns manchmal mit hochmut und mit verachtung wie groß ist deine güte die du denen bewahrst die dich fürchten und die du an denen er zeigst die bei dir zu flucht suchen angesichts der menschen kinder du verbirgst sie im schutz deines angesichts vor den verschwörungen der menschen ah da muss ich noch einmal reinhaken gerade in der jetzigen zeit nach corona mit klima dann mit dem ukrainekrieg jetzt auch mit israel ein sehr gern benutztes wort von dem staat aktuell ist das wort verschwörungstheoretiker da wurde mal und interessanterweise hat der fernsehsender ARD oder ZDF und vor kurzem erst so ein schreiben raus gebracht und da hieß es dann wenn der opa unterm weihnachtsbaum schwurbelt also nicht schwurbler ja über plandemie sprechen das zeigt mir dass sie eigentlich noch überhaupt nichts aufgearbeitet haben und das auch nicht wollen ihr ganzes reden vorher was sie immer gesagt haben wir haben fehler gemacht es wurde falsch eingeschätzt sie hätten vieles besser machen müssen das ist alles nur geschwätzt blankes hohles geschwätzt denn sie tun immer noch diejenigen die davor gewarnt haben die davor kritisiert haben dass man das nicht überziehen dürfe mit den maßnahmen dass man vieles überzogen hat immer noch als Verschwörungstheoretiker bezeichnen als Schwurbler diese haben noch gar nichts gelernt und ich befürchte wenn es da nicht einen wirklichen Umbruch gibt innerhalb der Gesellschaft wenn da nicht wirklich eine völlig neue Regierung an die Macht kommt eine völlig andere Regierung die wieder christlich denkt die wieder konservativ denkt wird auch nichts passieren erst dann wenn wieder eine konservative eine christlich-konservative Regierung regiert erst dann wird wahrscheinlicherweise die Pandemie aufgearbeitet werden denn die anderen die linksozialistischen Leute sie lieben die Lüge und sie hassen die Wahrheit und sie hassen all jene die aus der Wahrheit sind und die Wahrheit reden sie werfen den sie werfen den den Wahrheitsliebenden das vor was sie selber sind sie sagen Nazi Nazi aber in Wirklichkeit sind sie es die in den Fußstapfen der alten Nazis laufen denn das Ausgrenzen Andersdenkender das Diskriminieren von ganzen Menschengruppen zum Beispiel der Ungeimpften das Diskriminieren anderer Menschen das war ein Kennzeichen der echten Nazi der Nationalsozialisten die Nationalsozialisten genau das was die getan haben tun die heutigen herrschenden wieder sie grenzen Andersdenken aus sie unterdrücken Meinungen zensieren was das Zeug hält sie reden vom Andersdenken an als wie von einem Feind und auch das ist ein Kennzeichen dieser Leute so haben die Nationalsozialisten früher gesagt der Volksfeind und die roten Sozialisten sagten der Klassenfeind und die heutigen Sozialisten sagen der Staatsfeind es ist immer ein Feind im Andersdenkenden und mit Feinden redet man nicht sondern man bekämpft sie aber so sind Christen nicht so sind wir nicht die wir aus der Wahrheit sind denn Jesus sagt wir sollen unsere Feinde lieben wir sollen Gutes denen tun die uns böse wollen und hält dich einer schlägt dich einer auf die eine Wange dann bietet ihm auch die andere da und fordert dich einer mit ihm ein Kilometer zu gehen dann geht zwei mit ihm Laie und Borke ohne es zurückzufordern Tu wohl denen die dir böse gesonnen sind wir tun wohl denen die uns böse gesonnen sind und noch viel mehr wohl denen die uns lieb gewonnen sind aber wir tun allen Liebe üben und das ist genau das Stichwort für das kommende Jahr denn das kommende Losungswort das wird heißen alles was wir tun soll in Liebe geschehen in Liebe mein Lieblingswort im Ganzen denn Gott ist die Liebe und wenn er Liebe bleibt er bleibt in Gott und Gott in ihm ja Verschwörungen der Menschen ja verschwören sie sie verschwören sich untereinander um anderen Menschen böse zu tun um sie in Angst und Panik zu versetzen und zu unterdrücken und es werden meistens diejenigen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet die die Wahrheit aussprechen denn sie mögen die Wahrheit nicht hören sie hassen sie wisst ihr was geschrieben steht ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wo im Neuen Testament aber es heißt an einer Stelle und weil sie die Liebe zur Wahrheit verlassen haben sandte Gott ihnen selbst kräftige Irrtümer damit sie deren dann glauben und verfallen denn sie haben die Liebe zur Wahrheit verlassen die sie hätten retten können und sie wollten es nicht also treiben sie dann ihrem eigenen Gericht entgegen ja an einer Stelle heißt es dass ihnen die Wahrheit dass es ihnen wirklich schwer tut dass sie wirklich ja dass sie sich ärgern an der Wahrheit und dass sie sich dann Lehrer suchen nach denen ihnen die Ohren kitzeln also dass das erzählen was sie gerne hören wollen und sie glauben dann alle möglichen Fabeln und was nicht alles und daraus entstehen dann die ganzen Antichristen ja du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen du verbirgst sie in einer Hütte vor dem gezänkter Zungen gelobt sei der Herr denn er hat mir seine Gnade wunderbar erwiesen in einer festen Stadt ich hatte zwar in meiner Bestürzung gesagt ich bin verstoßen von deinen Augen doch du hast die Stimme meines Flehens gehört als ich zu der schrie immer wieder gibt es auch Geschwister und die sagen dann ach sie haben dann irgendwann den Herrn verlassen ähm und sind dann unglaublich geworden aber das stimmt nicht denn sie haben in ihrer Verzweiflung zu Gott geschrien und genau das ist ja eigentlich das was Gläubige tun ich bin verstoßen von deinen Augen so hat er geredet aber Gott hat seine Stimme erhört liebt den Herrn alle seine frommen der Herr bewahrt die Treuen und dafür gilt reichlich dem der hochmütig handelt seid stark und euer Herz fasse Mut ihr alle die auf dem Herrn hart ja und das finden wir dann auch im 2. Thessalonier hier als es dann geht hier um die Wiederkunft des Herrn und wisst ihr darüber gibt es viel zu reden eigentlich das wäre eigentlich eine weitere neue Predigt und darüber könnte ich wahrscheinlicherweise stundenlang reden aber ich möchte hier nur ganz kurz anreisen wir lesen mal kurz diese Verse wir bitten euch aber ihr Brüder wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus und unserer Vereinigung mit ihm lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen weder durch einen Geist noch durch ein Wort und noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief als wäre der Tag des Christus schon da lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen denn es muss zuerst unbedingt der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden der Sohn des Verderbens der sich widersetzt und sich über alles erhebt was Gott oder Gegenstand der Verheißung heißt Verehrung heißt sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als sei er ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt und jetzt glauben viele das werden sie nicht erleben weil da würden sie entrückt werden vorher schon hier im Vers 7 steht denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am wirken nur muss der welcher es jetzt zurückhält erst aus dem Weg sein und da deuten viele darauf hin das wäre die gläubige Gemeinde die dann entrückt würde aber wenn das so wäre dann würde ja nicht in den Tagen Versen zuvor stehen der Tag des Herrn dass der schon da wäre der Tag des Herrn kommt erst später zuvor kommt der Antichrist und wird offenbar lesen wir hier ja ich befürchte dass viele viele Christen sich verführen lassen vom Feind weil sie glauben das kann jetzt der Feind gar nicht sein weil sie ja ihn angeblich nicht sehen würden naja Ermutigung zur Standhaftigkeit wir aber sind es Gott schuldig alle Zeit für euch zu danken vom Herrn geliebte Brüder dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in dem Heiligen in der Heiligung des Geistes und dem Glauben und die Wahrheit wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt so steht denn nun fest ihr Brüder und haltet fest an den Überlieferungen die ihr gelehrt worden seid und das was in der Bibel steht an den Worten der Schrift haltet fest daran sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns und selbst aber unser Herr Jesus Christus und Gott und Vater der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine ewig gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade der tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk und Wort ja dann möchte ich mal hier noch auf das eingehen ich habe das ich habe das gesehen das möchte ich euch für das neue Jahr mitgeben gerade jetzt wo jetzt die letzten Stunden dieses Jahres ausgehen und dann der Übertritt für das neue Jahr ist möchte ich dieses Gebet eines Herrn Wüst welches ich gefunden habe in Facebook euch mitgeben der Herr segne dich und behüte dich erschaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten er gebe dir den Mut aufzubrechen und die Kraft neue Wege zu gehen er schenke dir Gewissheit heim zu kommen der Herr lasse sein Angelegenheit leuchten über dir und sei dir gnädig Gott sei Licht auf deinem Wege er sei bei dir wenn du Umwege und Irrwege gehst er nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden ganz sein von Seele und Leib das Bewusstsein der Geborgenheit ein Vertrauen das immer größer wird und sich nicht beirren lässt so segne dich Gott der Vater der Sohn und Heiliger Geist Amen Amen nun noch ein Lied ich denke das passt auch ganz gut dazu gerade auch das was Bonhoeffer hier gesagt hat das warmen hell die Kerzen heute Flammen die du in unsere Dunkelheit gebracht für wenn es sein kann wieder uns zusammen wir wissen es dein Licht scheint in der Nacht und wenn sich die Stille nun tief um uns breitet so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt die unsichtbar sich um uns weitet all deiner Kinder hohen Lobgesang den dem der den den die den Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du führst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Du wolltest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Weltnacht dunkel, leuchte mir als Stern, er bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Gott wird uns leuchten, Gottes ewiges Licht, freue dich Seele und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt, fröhlich im Glauben, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Ja. Ja, ihr Lieben. Nun neigt das Jahr seit einem Ende. Und ein neues beginnt. So, ihr seid getrost in dem Wort. Und eine Sache möchte ich noch kurz ermahnen. Es wird gerne gesprochen, guten Rutsch ins neue Jahr. Das sollten wir nicht wünschen. Das ist nämlich kein guter Wunsch. Das ist eher ein Fluch. Ein Rutsch. Was ist, wenn jemand ausrutscht und sich die Beine bricht? Oder sonst irgendwas bricht? Er soll am besten gar nicht rutschen, sondern er soll einen festen Halt haben. Einen festen Stand haben. Komm gut über das neue Jahr. Wünsche dir dann im nächsten gut ins neue Jahr zu kommen. Mit Segen, mit Glück und Segen durch Gottes Gnade. Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch. Und so Gott will und wir leben. Morgen zur Neujahrs-Predigt. Amen.